Bei uns damals, da gab's einen Lacher, den größten. Den nannten wir den Belly Laugh. Der kam direkt aus den Eingeweiden. Heute benutzen sie den Ausflug immer noch, aber was wir heute in Hollywood einen Belly Laugh nennen, das war für uns einfach ein stinknormaler Lacher. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020